Die Entwicklung des automatisierten Fahrens bringt viele neue Technologien hervor, die einzeln einen Kundenmehrwert für Fahrerassistenzsysteme bieten. Die Funktion ATC mit Ampelerkennung unterstützt den Kunden bei Ampeln und Stoppschildern. Das bringt dem Kunden mehr Komfort und Sicherheit. Lassen Sie mich die Funktion anhand des heutigen Systems ATC Stop&Go erklären. ATC Stop&Go nutzt leistungsstarke Radarsensoren, um auf das Vorderfahrzeug zu regeln – komfortabel und sicher. Zudem kann ATC Stop&Go bereits heute die Geschwindigkeit mittels Navi-Daten und GPS-Daten vorausschauend regeln. ATC mit Ampelerkennung ist die Weiterentwicklung dieser Level-2-Funktion. Kamerasensoren erfassen das Umfeld, maschinelles Lernen und ein leistungsfähiges Backend kommen zum Einsatz. Denn es geht nicht nur darum, Fahrzeuge und Geschwindigkeitsschilder zu erkennen, sondern auch Ampelsignale zu interpretieren, um die Geschwindigkeit vorausschauend optimal anzupassen. Mit dieser Demo geben wir eine Sneak-Preview auf die Weiterentwicklung der ARC Stop&Go-Funktion, auch im urbanen Bereich. Die Serienfunktion kann mit der Hardware, die in diesem Fahrzeug verbaut ist, dargestellt werden. Die Serienfunktion kann mit einem Schiffen-Ausbau-Vorder-Kussicht-Einiger-Kussicht-Einiger-Kussicht-Einiger-Kussicht-Einiger-Kussicht-Einiger-Kussicht-Einiger-Kussicht-Einiger. Untertitelung des ZDF, 2020